Ein Peugeot 208 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in den wendigen braunen Dreitürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 90.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Panoramadach, elektrische Fensterheber, Partygefilter, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 114 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 3,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.